Ich heiße Simon Dallinger. Ich werde bald 23 und ich lebe in einem Irrenhaus. Aber was soll der Scheiß? Geht's wieder los? Er hat seit drei Tagen nicht geschlafen. Morgen, meine Liebe. Hey, die sind frisch gekämpft. Jetzt nicht mehr. Diese Anlage wurde mutwillig zerstört. Haben Sie etwas damit zu tun? Knusper, knusper, Knäuschen. Wer knabbert an meinem Häuschen? Was gibst du denn da zu glotzen, die Arschlöcher? Simon! Habt ihr kein eigenes Scheißleben oder was? Er glaubt, dass jemand mit Strahlen vom Nachbardach seine Gedanken manipuliert und seine Ideen stiehlt. Papa kommt schon wieder. Der muss sich nur ein bisschen ausruhen. Hast du vor oder nach meiner Geburt gewusst, dass du mit einem Schizo zusammen bist? Du redest hier gerade von deinem Vater. Warum ist Papa wieder auf Kur? Er bildet sich manchmal Sachen ein, die gar nicht wirklich da sind. Ist du ein Psycho? Ich hoffe nur, dass meine kleine Schwester dieses Irrenhaus irgendwie übersteht. Und du? Was hoffst du für dich? Hallo, Papa. Was ist eigentlich eine Klapsmühle? Hallo? Interessante Tapete. Du, wir sind hier gerade nicht so auf Besuch eingestellt. Ich verstehe. Ja, das tust du nicht. Schlag zu! Komm schon! Schlag endlich zu! Wer hin und wieder seinen Verstand verliert, der hat wenigstens einen. Die Haare, die uns beten immer vor dem Essen. Also schön, dann beten wir eben. Lieber Gott, wir danken dir. Lieber Gott, wir danken dir. Dass die Neger hungern und nicht wir. Lieber Gott, wir gehen. Vielen Dank.